Ich lese der junge Koch, die junge Köchin, das Berufsschulbuch für Köche. Der Druck ist ohne Serifen, das Buch ist schlecht lesbar und der Inhalt ist teilweise fragwürdig. Es ist das Berufsschulbuch für Köche, deshalb wird es vorgelesen, das ist das Buch. Im Kapitel Unfallverhütung bin ich angekommen im Teil Arbeitssicherheit. Das ist der zweite Teil nach Einführung. Unfallverhütung, Unfallverhütung. Prevention of accidents, la prévention des accidents. 1. Unfallverhütung. Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass innerhalb des Gaststättengewerbes die Küche der gefährlichste Bereich ist. Betrachtet man die Unfallschwerpunkte, stehen die sogenannten Wegeunfälle im Vordergrund. Ein Großteil davon entfällt auf Verletzungen, die beim Laufen, Gehen und Steigen auch außerhalb der Küche entstehen. Im Bereich des Restaurants überwiegt diese Art. In der Küche stehen Schnittverletzungen im Umgang mit Messern und Geräten im Vordergrund, gefolgt von Unfällen, die im Umgang mit Maschinen entstanden sind. Also Schnittverletzungen und danach Unfälle im Umgang mit Maschinen. Aber auch falsches Heben und Tragen sowie Verbrennungen und Verbrühungen führen zu Verletzungen. Und es geht 1.1 Fußboden mit 1.1 Fußbodenflor Le Blanchet. Geht es dann weiter. Tschüss. 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 Tschüss.